also kommen komm schon jetzt man kann ich wahr sein die hälfte ist schon weg von FIFA Point immer noch kein Überheimowitsch, was ist das für ein Betrug? Merkte Sacker! auch so eine Pace, so 35 Pace 35 Pace, alter! der rennt über den Platz wie kein anderer der grinst ach ja oh ist die geil die Slut die würde ich auch richtig findest sowieso Asiatinnen so geil mhm sieht so Teela Tequila mäßig aus alle so individuell so das zweite mal Rassismus diese Folge vielleicht schreibt man ja die Triple glaubst du ich zieh noch irgendeinen Spieler, den ich schon mal gesehen habe in meinem Leben vielleicht vielleicht zieh ich halt mal so Ibrahimowitsch, infam oder so oh mein Gott ich würde jetzt so lachen ich schwere wenn ich Ibra ziehe und dir dann einen Zungenkuss geben würde ich glaube das wäre bei Best Pack Opening Reactions auf jeden Fall auf Platz 1 mhm ich glaube ich würde erstmal aus dem Weg rennen ja ich auch von mir selbst ja die Fitness jetzt nehme ich guck mal was ist das hast du schon mal so gute Pulse ich meine da ist ja alles dabei was man braucht ja Pulse ja Pulse also so Züge wenn es ist nicht so ne Erkenntnis das ist immer äh Yu-Gi-Oh-Karten es gibt es so ein YouTuber die machen Yu-Gi-O-Pax auf daher habe ich das ok komm herz der Karten komm schon Viviano der ist krass mhm das ist schon so gut wie Marquetti nicht alles hier mitnehmen ohne Scheiß ne ja ich zieh nur Müll perfekt 40 Euro weggeschmissen aus dem Fenster geschmissen ja ja einfach weg na ok wer weiß denn ob wenn ich jetzt doch noch Ibarimovic ziehen hast du schon mal so schlechte Pulse gesehen so schlecht ich glaube das ist ein Weltrekord ja und da geht es auch direkt weiter ohne Rares ich meine wozu braucht man auch ein Rare ganz ehrlich ok lass mich mal ziehen Warte ich will die ganzen Verträge abkühlt mach ich natürlich mit einer Hand also du du lernst das Move mit dann schon ok ich habe glaube ich für Fifa 14 auf Xbox auch schon fast 200 oder so ausgegeben hast du dich auch mal für 100 gekauft? ja aber ich habe mein ganzes Team dann wieder verkauft ja aber du hast ja nicht mal ne ja ja wie lange zieht man da eigentlich in 3 Stunden alter komm schon ey komm ich habe immer so viel Glück beim Zocken Leute normalerweise aber Nachschub für meinen Verein Tolle Trophäe na da 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 die da 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 ich will es nicht wissen alter 200 oder 300 starke dass die legende starke dass niklas wenn du das video siehst haben wir habe ich schon erzählt die geschichte dass ich gegen tom starke den heftigsten lachfläscher meines lebens hatte wir haben in einem abend sechsmal oder so gezogen ein haben wir dann so oft gegeneinander gespielt dass wir beide tom starke einfach ihren sturm getan haben nie ein tor geschossen weil er so schlecht ist und das goethe ms2 ms2 wert für die schnelle ok kommt schon leute ich habe noch sechs packs oder so bitte bitte aber wir würden uns auch schon zufrieden geben mit robben oder liberi ist auch noch kein ibrahim vorn doch brauchen wir jetzt lohnt ruhe schäfer weltpremiere oder 33 drei drei reisen einpäck weil ich vor kurz im moment aber dingens den torwart den können wir jetzt mal abspeichert er hat graue haare deswegen würde ich ihn behalten guck mal der ganz links das bringt es glaube ich auch noch pace für den torwart warte mal hat der vielleicht hat der irgendwie fünf sterne spezial wird ja stimmt man muss immer danach gucken hast recht den rest kannst du sowas von abstoßen hat das einfach ernst aus 9000 kreuz perfekt man haben bitte zu erkenen bitte wir müssen wegschauen ich bin doch weg wir müssen wegschauen wir müssen wegschauen wir müssen wegschauen messi 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 ah nein zu früh warte 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 zwei leuten wir müssen uns umdrehen am besten immer jetzt so mit das ist das wert nehmen das ist das geile folgte zumal gemacht in real das bringt mir aber bei fifa nichts was er in real macht ja 2k obwohl du guckst auch nur den ersten an es gibt auch manche die schenze für 4k rein und der nächste ist dann 650 sofort kaum maxwell ist eigentlich auch nicht schlecht aber auch nichts wert was mit gaitan ist der was wert aber gaitan wahrscheinlich nicht oder mhm ach 490 coins perfekt schaffen wir jetzt noch auf die 40 ich hab zu gott das ist das gute ziel schaffen wir jetzt noch die 40k das wäre krass amen oh gott jetzt wup konzertli ey den wir müssen ja alles mit 80er rating hier abschauen ey leute wie viel glück haben wir eigentlich für diesen pack opening das ist unglaublich ich meine guck mal wer zieht denn schon mal so ein Perreiro und Kaminski wir müssen gleich noch mal 100 Euro investieren sonst bringt das gar nichts ja genau das würde ich auch sagen oder 2000 gleich ja am besten das ganze sparte Geld ja